Schönen guten Abend meine lieben Freunde zu einer neuen Ausgabe von Redeemer Games. Wir befinden uns heute in dem Koop-Spiel Far Cry 3, welches wir zu viert spielen. Ich habe mitgebracht den Gomorra, die Pflanze 5, mich selber und den Florian Beck. Ja, schaut uns einfach zu wie wir spielen, lacht euch vielleicht den Arsch ab was wir reden und viel Spaß dabei. So, muss ich mit Tschüss, Florian? Sturie, das ist mein Schuh. Also, wir spielen das neue Far Kill, oder? Far Kill. Okay, nehmen wir mal los, macht euch bereit. Ah, ist er los, wo war, wie war das jetzt? Ah, da habe ich keinen Aufsatz mehr drauf, auf der Waffe, na gut. Keine Ahnung was. Müssen wir den überhaupt hin, da lang, oder was? Nee, wir müssen da rüber, guck mal, hey, da wo der Punkt ist. Kommt mal einfach mir hinterher. Ja stimmt, ja, der Punkt, ich habe... Hey, ich höre vielleicht mal, welche Achtung. Pst! 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 Gut geschossen Headshot Wer schmeißt denn da Kanaten auch noch so schlecht? Sollte man eigentlich nicht erstmal mit den Leuten reden Ja genau, wir reden erstmal mit den beiden Fuck, ich muss nachladen Oh 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 Ich bin Level 39 übrigens, das weiß Okay Fuck, ich muss schnell nachladen Danke Boah Triple kill Nein, ich automatisch Munition auf den Ne Ne, der muss hinlaufen Ach verdammt Allah Ich glaube ich muss, ich muss echt ne Boah Ich fuck jetzt nicht, ich fuck jetzt nicht mein Daniel Ich treffe aber nicht, scheiße Okay Kann mir einer irgendwie, ach so Ja, ich helfe dir Geht es? Ja, A glaube ich, oder? Ja, ja, ja Alles verballert Alles verballert Also hier gibt's Ding, hier gibt's Munition Wir kriegen das Menü von euch an der Seite weg Wo gibt's Munition? Hier, wo ich bin Ach so, vorne nur Das sind ja lauter so, die Bilder von euch über euer Leben und so Zeug dran Das schickst du nicht weg Oh Gott Warum nicht? Ach das Link hier Das ist doch egal, das stört doch nicht Haha Das ist nämlich so empfindlich Ich halte mich irgendwo heilen oder so Bei so einem Screen wie du Das stört doch nicht Aber ich fack mich Alles was ich gesehen Boah, die knallen uns ab, Alter Sind das noch mehr wie damals, oder was? Also ich... Ich hab das so... I don't know, fucking Boah Was tut denn da nicht andauern? Boah Ich hab keine Ahnung gestorben Ich bin auch weg Ich bin der Sanitäter hier, oder? Hab ich's Gefühl Ich bin auch weg Ich hab schon drei Leute wiederbelebt Ja, dann könntest du mich auch mal wiederbeleben Boah Was ist denn los, der? Granate Warum sterbt ihr alle? Weil du dich verarschen oder das? Ich tue ich den wiederbelebt Pass auf, da kommt einer Achtung Ich glaub doch nicht wahr sein, was ich hier gerade erleb Fuck, Granate Alter, ist das nicht dein Ernst, ey? Alter, ist das nicht dein Ernst, ey? Alter Ist das nicht dein Ernst, ey? Alter Alter Schau wieder Das ist nicht wahr Also... Ich hab jetzt schon acht Leute wiederbelebt, glaub langsam Fuck yo, ah ne doch nicht Der Fette, oder was? Ich dachte nicht der Fette, aber der war schon Ich glaub hier noch nicht Ich glaub hier noch nicht Ich glaub hier noch nicht Seine Waffe ändern Du kannst die vorne tot aufnehmen Kannst du nicht, kannst du erst Ja, kannst du, kannst du das machen Oder nach einem Checkpoint, glaub geht's auch, gell? Ja Ne, ich meine nur modifizieren Es geht erst, wenn der Checkpoint erreicht ist, glaub ich Dann kannst du Loadout ändern Wow Ich hab irgendwie keine Munition mehr Pass auf, da ist einer hinter dem Fan Ja, ich seh... Oh fuck, hat mich erwischt Muss jemand mich wiederbeleben, nach Möglichkeit Ich würd nur wiederbeleben Wir laufen eh drücken Danke Dankeschön Da ist einer Ich hab keinen Fettsack, oder? Achtung Boah Warte mal kurz Ja, hi Wie kannst du essen? Ich hab's nicht mehr geschafft Ich hab's direkt da unten hingelegt Das hat Gerstein Geh halten Doch, muss man mal machen Also, ess bitte, ich schaff's nicht mehr Klappt doch, gut, oder? Ich hab keine Muni mehr, das ist echt bitter jetzt Da hinten war doch ein Eimer, äh, Dinger Wo, nach oben Ach da Schon etwas übertrieben? Bin gleich leer geschossen In hier Okay, ich hab Muni wieder Und die Explosives hab ich auch, sehr laut Kommt mit der Pisser her Fucking Ich hol auch nochmal Das ist ein Muchacho Oh nein, da hängen Leute Oh nein, da hängen Leute Ich muss laden Boah, von hinten Mit der Pump dann Ja, hab ich's auch gemerkt Schieß doch Das ist nicht wahr Das ist so offen, ey, oder? So doof Ich musste grad nachladen, Alter Was soll ich denn machen? Jungs, helft uns mal Ach du Scheiße, ich bin weg Ich bin tot Nein Nein Ach du meine Jesus Ich muss dann einen Lowout Lowout nehmen Mit einer Mit einer Mit einer größeren Waffe, ey Ich hab das Gefühl Ihr braucht nicht Ihr braucht echt ein besseres Magazin oder sowas Das ist echt bitter Geht mal bitte an Wollt ihr irgendwie das Ziel ändern? Leck mich Diese Arschlöcher machen echt ernst Hey, don't play nice Das stimmt wohl Das war grad echt ein Fail, also Muss man schon sagen Ja Das ging Das ging War nicht so weit weg Boah Was hier denn angerennt kommt Neuladen Das sieht gut aus Gleich friendly fire aktiviert Ne, das geht glaub nicht Boah sind da viele Bullshit, Alter Ich wollte den Messern und dann hat er mich zusammengestellt, Alter Nein 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 Schieß doch auf den Ich bin wieder beliebtig Danke dir Pass auf, hinter dir Das ist sicher Ich hab sicher Wiss ich mich zusammenladen Das fällt noch rein Boah, schon wieder Tollterdun Was geschieht grad hier Weg, weg, weg Schon wieder Toll Scheiße Okay, wir müssen taktisch vorgehen, hab ich zumindest Gefühl und nicht einfach so auf. Mach ein Fehler, oder? Alter! Gesehen! Das sah so cool aus! Oh je, scheiße, oder? Okay, die Nebenladen zieht aber schon von allein wieder auf, oder? Ja. Mit einem gewissen Grad, äh, Radius. Ich hab geklaut in das Bisse. Du kannst doch Q drücken, dann kannst du dich heilen, das geht aber nicht immer. Boah! In der Hütte, wo ich bin, ist so ein Munitionslager. Wo bist du? Alter! Hinter dir weg! Ich muss kurz Roman wieder beläden. Haben wir dir. Ist da draußen jemand? Da drinnen. Wo wurscht'n das? Ach, da drinnen. Ah, cool. Boah, das ist bitter nötig. Was denn? Muni. Ach doch, Muni. Geht zurück! Ei, Alter! Nichts! Nein! Bilden sind Explosives. Ne, nicht hier. Hä! Was müssen wir denn hier machen? Endlich mit der Granaten. Wir ins Boot einsteigen müssen, jetzt kommt glaube ich ein Minispiel. Ah ne, jetzt gucken wir es. Steigt das Geld mit mir, und ich bin eure rechte Hand. Ich bin Cetus. Ja, fang! Wir werden mein Boot brauchen. Könnt ihr mit Werkzeug umgehen? Hm, die Fische sind drin. Oh Gott. Jawohl. Das erste ist durch. Das erste. Dann haben wir das erste Kapitel durch. Ja, klar. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum zweiten Mal. Stimmt. Das ist ein Checkpoint, glaube ich. Ne, das ist... Jetzt kommt das nächste Kapitel, oder? Nein, wenn das kommen würde, dann wären wir im Hauptmenü. Ja, stimmt. Das wäre mir nicht so vorheilig. Ja, du hast recht gehabt. So einfach ging es noch nie. Ja, wir haben ja lange nicht mehr gemischt. Ja, Checkpoint alles. So eine Scheiße. Sollte dir diese Booster spritzen, ey. Ich helfe euch zu kämpfen. Ich will deine Euphorie ja nicht unterdrücken, aber... Die Arschlöcher sind schon auf dem Weg. Sprich mal nicht. Mach's. Er hat Spritzen hier. Wo? Da drin. Ich bin im Haus. Alles für den Weg. Das ist der Motor. Kommt mal her und helft mal, der Motor zu reparieren. Das ist A, hier ist A, hier. Hey, sie sind nicht in die Luft. Ich bin im Haus. Gerade rechtfertig. Da kommen sie. Da kommen sie schon. Schon. Wo denn? Wahrscheinlich von irgendwo da oben. Dahin. Ich seh's, ja. Gerne! Ich seh's, ja. Getötet. Schuf ne Schnatterwaffe Die kommen auf den linken zu Boah, von hinten! Alles wird es viele! Wo denn? What the fuck! Hinter dir ist auch einer gewesen Danke dir Hinter dir ist jetzt auch einer! Ja, danke! Oh, ein Shotgun King! Egal, Mann! Neuladen! Jungs, Feiler, du musst auch mal T trinken! Ah! Fuck! Flo, hinter dir! Hinter dir, Achtung! Flo, hinter mir! Am Haus! Ihr müsst mal T trinken, bitte! Hab ich schon! Im Haus! Ist er rein! Raus wieder! Rein, raus! Was? Ha! Ha! So was auch! So was auch! Im Boot runter! Ach so, ich häng hier fest! Jetzt nicht mehr! Wo kommen die mit dem Boot angefangen hast du gesagt? Ich häng hier an der Hütte drin! Ich häng hier an der Hütte drin! Ja, entspannt euch mal! Könnt ihr zwei vielleicht irgendwie das Boot wieder reparieren oder so? Nur noch eine Pistole! Ich muss nachladen! Hol doch, hol doch Munition! Hier im Haus drinnen! Hat's doch! Shit! Ich muss lagen! Du bist! Fuck it! Ach du bist! Fuck it! Okay! Jetzt müssen wir da hoch oder was? Oh man! Lad mal alle eure Ammo auf nochmal kurz! Hab ich gerade gemacht bei mir! Ja! Wo müssen wir alle ein bisschen zu hoch? Okay! Wart mal kurz! Kann man denn nicht? Ah! Ich komm mal! Will jemand eine Spritze dann? Ah! Ja geht her! Ja komm! Warte! Ich nehm die Sharpshooter! Auf welche Taste war das nochmal? Du musst das auswählen! Wo, wie? Und ich konnte mich gar nicht entscheiden was ich will! Aber kannst du, kannst du das nochmal sagen wie das jemand macht? Weil... Du musst das auswählen als Waffe! Also mit, mit, mit 3 oder so! Täschte 3! Oder mit Mausrad! Okay! Du musst das ja erstmal aufheben! Stimmt das sind die Spritzen gell? Ja! Die sind doch gemütlich hier! Achtung Sniper! Geh weg! Boah das sind viele Sniper alter! Ich hab mein Scheiß Visier nicht an! Ich hab mein Scheiß Visier nicht an! Wer ist der Scheiß Feistling? Rüber da und mach den Ficker fertig! Ich seh den auch nicht! Ich seh den auch nicht! Kill Assister hab ich noch gehabt! Boah da schießt einer auch nicht mit dem Scheiß Sniper! Der Sniper! Da ist es ja! Ich seh den nicht! Hast du ihn erledigt? Ich weiß nicht! Im Stein war einer! Der ist weg! Aber da ist immer noch einer! Hab ich den Wichser erwischt? Nein natürlich nicht! Jawoll! Ich hab ihn! Great! Boah! Ich muss nachladen! Braucht ihr Kugeln? Hier ist Muni! Verspritz! Wo? Wo? Hier! Da wo ich bin! Ach du Scharfschütze! Pass auf Scharfschütze! Guck mich doch nicht! Schnapp dir den Sniper! Ich schlage nach! Geh mal rüber! Geh mal rüber! Sofort! Ich muss mich nur kurz heilen! Wenn ich's kann, kann ich nicht! Danke! Ich hole doch kurz nochmal ammo und dann komm ich! Auf! Hopp! Ja! Fuck! Wir sind schon ohne uns los oder was? Ich hab's nicht ausgewählt! Wir sind klein! Wir springen hier schon! Komm! Ja natürlich! Wir springen hier! Wir springen hier! Ist schon gut! Wir sind schneller als hier mit dem Boot! Also von daher! Was seid denn hier? Ich seh' ich gar nicht! Unter Wasser! Ach da! Ja! Schnauze! Kleidende Bewegungen! Ich bin ein Schweiner aus! Hier geht's nochmal ab, glaub ich! Hey! Sind sie schon wieder! Ich steig mal aus dem Wasser aus! Hier! Alter! Nicht dein Ernst jetzt, oder? Woah! Ah, war knapp ohne Ende! Oh, scheiße. Du bist auch nicht mehr so ganz... Ich halte dich gleich, muss kurz mich selber heilen. Ja, ist okay. Pass auf, da kommt... Achso, nee, das ist... Ja, was. Gibt's irgendwo wieder Ammo oder so? Ich seh nix. Das ist nichts drin, ja? Die Steine versperren uns den Weg. Ah, das ist cool. Die Steine versperren uns den Weg. Immer nur eine. Sie müssen erst einmal der Bombe sein oder sie klauen. Wir können... Wie war'n das nochmal? Springen, schießen. Springen, schießen, fahren, schießen? Ablegen, weiß ich nicht mehr. Nee. Wie fährt man denn? Achso. Sprich zu Ende. Ja, genau. Ja, was muss ich machen? Die beiden sind cool. Oh je. Was mach'n? Wieso, was isch? Ah, die rennen sich selber um und sterben. Sterben. Ja. Ja. Das muss ich jetzt hier machen. Das ist ja einfach. Wenn jemand ne Bombe hat und rammt mit einem anderen hat, dann hast du die Bombe, gell? Als kleiner Tipp. Ja. Die muss ich jetzt hier ablegen oder was? Ich denke ich mir nicht an. Einfach hinfahren. Einfach... Einfach nur hinfahren. Ja. Ja, das ist meine. Ja. Alter, ihr wollt mich wohl verarschen, oder? Sind ja voll die Bombenleger. Ja. Ich dachte, da kannst du grammen, ha? Haha. Oh je, das ist ja clever eigentlich. Warten, bis wir an der Bombe angefahren, kommt einfach weg, grammen. Aber ne Frechheit irgendwie auch. Ist ein bisschen was von beiden. Aber was bringt das ganze Szenario hier gerade? NOOOOO! Was ist das wirklich, wenn du die Bombe wegzunehmen? Dass du halt gewünschst, das Minispiel! Hä? Ja, looten! Die sind aber warte! Ja, die Bombe von euch pisse an, ich geh's auch nicht mehr! Ich warte, bleib dran! Oh, schade, ich hab's dir nicht erwischt! Hol die Bombe, hol die Bombe, hol die Bombe! Ich hab schon einige Rücken weggenommen, weißt du? Komm her! Ziemlich variabel lenken! Fuck, fuck, fuck! Komm schon, komm schon! Robin! Robin! Help! Ja, gewonnen! Ich war halt ein kleines Minispiel! Es gibt einige hier! Inzwischen einfach! Es gibt auch manchmal so Skispiele, Minispiele und so! Ja! Sniper, Raketenwerfer, Boot abknallen und so! Richtig geil! Ja! Alles mögliche gibt's, ja! So, was nehm ich jetzt für'n Loadout? Ich hab' nicht so viel Auswahl, oder wie? Ich nehm' mal ne Sniper jetzt! Ich sniper jetzt mal ein bisschen! Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht! Geht mal alle auf Ready! Felderei! Pflanze! Kann man... Kann man die Bewaffnung ändern? Du kannst nur Loadouts ändern, Mark! Also nehmen! Du kannst nichts ändern an dem Loadout selber! Du kannst nur auswählen! Seht mal! Reifenspuren! Bin's Level 40! Ich bin Level 66! Na, ein Boost! Genau! Komm her, Mark! Mach's nochmal! Mach's! Gleiche mit dem Boost nochmal! Hä? Ja, mit dem? Nein, komm! Ja, heute ist doch! Hey! Raketen! Nachladen! Chase, ruhende Zielpunkt ist ein bisschen nervig! Warte schon mal! Triple Kill, Double Kill! Wow! Fuck! Fuck it! Fuck it! Du kriegst mich nicht rum! Oh! Schlecht! Hey, die Brücke strengen! Hallo? Klapp schon, gell? Was denn? Brücke sprengen? Ne, ich glaub hier nicht! Doch, ich glaub! Doch, doch, doch! Donut ist ein Ding! Got it! Doch, wir müssen... Ein Hund! Ein Hund! Ein Hund! Oh fuck! Alter, sterb doch einfach alle, ihr blöden Pisse! Hey! Raketen! Boah! Wo kommen die her? Wie kommen die her? Ich dunkel die Unten! Oh verdammt, ich muss mich verstecken, Alter! Hier hast du einen Messertyp, bring ihn um! Boah, das! Das war ne gute Methode! Alter ich hab keine Munition mehr, wo hat's denn da noch was? Hat's hier irgendwo was? Wollte ich mich jetzt alle dich alleine lassen oder? Fuck! Pflanzen, hilf mir! Und mehr! Wir brauchen Munition, wir brauchen Munition! Ah, da ist sie doch und ich hab sie nicht gesehen! Die Brücke oder was? Ich dachte, wir haben einen angeachtet! Ich seh's! Alter was, ey! Ich renn mal da rein, holen wir mal was! Got it! I got it! I got it! Ich hab wieder so'n Messertyp, Achtung! Hey, Sito hier! Ich dachte, das interessiert euch! Ihr werdet berühmt! Die Piraten folgen euch, weil sie fliegen der Scheiße! Alter, ich hab sie alle! Hey! Wir jagen die Leute einfach in den Windstoff hoch! Soll ich ihn gespritzen? Keine Ahnung, Achtung! Danke! Hi, Alter! Ah, perfekt, ey! Das hab ich echt geglaubt! Das war für mich nicht! Holst du Munition? Holst du Munition? Welchen? Da ist ja noch ein Pisser gewesen! Hier, woher Pisser! Da, wo ich drin bin! Das sind wohl viele Pisser noch! We're out the... Einsatz von der Wind! Alles klar, ich beschütz dich so lang! Das hoffe ich doch! Hier! Sprengsätze! Hier! Sprengsätze! Hier! Sprengsätze! Muss ich mir sagen, wo du langlaufen willst, also... Hier, den Hauptgang einfach! Da oben ist ein Messer! Achtung! Herrere! Okay! Hör die Pisse ab! Alle! Lass mich mal vor, damit ich... damit ich's säubern kann! Ist das clean, oder? Hab ich ja noch nie erlebt! Die schießen sogar mit Pfeil und Bogen jetzt, oder was? Ich muss laden! Wurde mal die nächste Bombe! Wo muss denn die Bombe überhaupt hin? Ja, wir müssen viele Bomben legen! Wir müssen vier oder fünf Bomben legen! Nein, ich mein, wo die aber hin muss, weiß ich mein! Ja, auf die Brücke! Wie ich's gesagt hab! Also nur zwei müssen wir legen hier, oder? Nein! Drei oder vier, ich weiß nicht! Ich seh nur eine, ich seh nur noch die hier! Mehr seh ich nicht! Ich hebe noch mal ne Bombe hoch! Doch! Vier müssen es sein! Also nochmal zwei nach der... Aber geht nicht alle in eine Bombe suchen! Ich brauche auch Schutz! Geh weg! Bleib weg! Bleib weg! Da ist ziemlich jung mein Sniper! Ich lebe direkt auf der Brücke! Geht mal zur Brücke hoch! Ich brauche Hilfe! Ich bin auch in die Brücke auf der Brücke! Alter, das kann nicht sein! Pflanze liegt auf der Brücke! Okay, ich hab... Pflanze liegt auf der Brücke! Und verwelkt! Hahaha! Aber gut! Ganz vorne lieg ich! Ganz vorne lieg ich! Ich hab gleich mal ne Bombe! Ich hab gleich mal ne Bombe! Denk ich schon sniped! Boah! Fuck it! Ab! Ab ihn! 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 Okay, gut! Kann ich jemand noch ne Bombe holen? Ich hab schon 2! Ich hol gerade eine! Du deckst mir den Rücken während ich das trage, kapiert? Ja komm Roman, hoff! Wow! Und nochmal ne Bombe da in Fellas! Bringt ihr noch ne Bombe mit? Hinter dir, hinter dir, oder? Ne, das ist Pflanze! Bullshit! Äh, Sniper hinter dir! Ist das schwierig ohne das Visier? Fuck, ich krieg's nicht hin ohne das Visier Oh oh, hilf mir mal einer Ich hab ihn jetzt noch erwischt Da kommt ein Messer-Typ Scheiße, ich hab's gekillt Ja, jetzt lauf weiter, komm Ich hab's gekillt, ich bin im Wasser da unten Oh, ich hab's erwischt, scheiße, ich hab's erwischt Scheiße, ich bin auf dem Grund vom Fluss Was? Jetzt guck ich da rüber, mach mal was da oben Scheiße, scheiße Beleben, wieder beleben, wieder beleben, wieder beleben Wo bist du mal? Das ist auf der Kanne Nein, hab ich's geschafft, ja, ich hab's noch geschafft Nein, nicht reloaden Pass auf, da kommt einer Ja, der ist genau vor dir jetzt Ja, ich kann nix machen Ey, wo bist du? Ich seh nix So, du warst grad schon an der Stelle Zurück Alter, du machst ein Grabhör Ja, runter jetzt, runter Unter Wieder ein bisschen links Ich hab den Sniper Links 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 Da kommt Jürgen Oh, gut gemacht, danke Jetzt bleibt mein Stillen im Rechen Ja, okay Ich bin schon dabei, dass ich dich cover Ne, du bist ja viel zu weit weg Überhaupt nicht hier aus Ich sehe da irgendwie mal liegen Aber jetzt hier, jetzt, jetzt, das hier. Bisschen rechts machen. Bisschen rechts. Alla, jetzt hat's mich erwischt. Ah, das kann nicht sein, ey. Bist du hier, der Alter, oder? Ja. Alla, was geschieht dir gerade? Jungs, was macht ihr da eigentlich? Kommt mal hoch, bitte. Ich kann nicht gegen alle kämpfen. Könnte ich nicht wiederbeleben, Mark. Nein, Jungs, es hat uns erwischt. Jetzt sind wir auf euch gestellt. Jetzt musst du mal was machen, ganz ehrlich. Pflanze, du kannst dich da unten rumhängen. Oh je, ich hab ein schlechtes Gefühl. Ich auch. Jungs, wo seid ihr denn? Oh, perfekt. Lauter Leute. Nein, nochmal. Nochmal, ich bin selber schon halb tot. Nein. 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 Mark, was hast du da eigentlich in Wasser getrieben? Du warst ja schon in Wasser. Als der Typ mit der Rakete geschossen hat, bin ich irgendwie von der Brücke runtergeflogen. Nein, jetzt ist es nicht aus dem Wasser raus, weil du damit nicht abgeschossen hast. Ich geh kurz aufs Klo. Okay. Mach kurz weiter. Ich mach weiter. Ihr habt gefällig, wie ihr deren Dorf rumdekoriert habt. Sie suchen euch. Ah, sie kommt. Ihr kümmert euch besser um die. Von mir aus. Nehmt euch Strengstoff. Ihr verstext die Brücke. Du deckst mir den Rücken, während ich das trage. Wir brauchen vier Explosives. Ihr werdet mir jetzt beide den Rücken decken. Oder wir tauschen und dann deck ich euch den Rücken. Mir ist egal, aber ihr müsst vor mich kommen. Jungs, da kommen schon die ersten. Okay, Flo ist tot. Der auch. Gut. Wie, wo bin ich? Ich bin der Flo. Wo bin ich? Flo ist auf der Toilette. Ach, scheiße. Boah. Alter, Pflanze. Jetzt bist du alleine auf dich gestellt. Ich bin alleine auf mich gestellt. Aber siehst du mich da liegen? Ja, ich weiß nicht. Du hast mich da liegen, sicher gleich einer. Nicht dein Ernst. Xavier, jetzt bist du. Hinter euch, hinterm Haus ist einer. Oh, überall, überall, Baby. Jungs, rettet mich mal, bitte. Noch ein Viertel habt ihr. Hinter dir, Pflanze, hinter dir, Pflanze. Hinter dir. Ach, da bist du da wo? Nein, hinter dir war nicht, hinter dir ist ein Gegner. Und ich bin gleich weg. Beeil dich. 3, 1 und weg für dich. Das ist verarschen. Da hinten im Hüttle lachst du. Dachte, du bist ja hier auf dem Weg. Oh, Mann. Sag, du lebst mal, oder? Alter, 3 mal. Da hat jetzt gerade 3 Dinge ausgehalten, oder was? So, ihr? Waiting to be revived. Du wirst schon, dass da ein Timer ist, bei dem Revived. Ja, ja, schon. Okay, nur so als Frage. Das ist wahrscheinlich eklig jetzt Ende. Alter. Gut abgetauscht, oder? Aber warum läuft die schnell, ey? Was machst du denn? Der kommt. Oh, Mann, ey. Das ist nicht... Ja, das war die Fileschipp, die haben beide Sniper ausgewählt, der konnte noch nichts machen. Wieso habt ihr auch beide die Sniper? Ich habe auch eine Sniper. Na, was soll ich doch nicht. Ach. Also, weiter. Nochmal irgendwie. Also, ist der Weg nicht bereit? Achso, es geht sowieso so aus. Mhm. Hey, Lito hier. Ich dachte, das interessiert euch. Also, jetzt hol dir mal den Sprengstoff. Ja, ich hol den schon. Ich hol den mal, wie fliegen der Scheiße. Überlegt euch, wie ihr sie loswerdet. Ich erledige das. Achte du auf die Drecksworteln. Wie weit seid ihr? Okay, ihr seid, ihr seid also ganz vorne. Okay, dann komme ich auch ganz vorne und setze sie auch ganz vorne, weil das ist nämlich einer der schwierigsten. Facken. Jungs, macht jetzt keine Faxen, bitte. Danke. Tot. Wer ist tot? Nicht der Reviver. Ach, verdammt. Ach, gehen wir runter. Wahrscheinlich platziert jetzt gleich einer geschickt eine Granate. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Jetzt liegen wir alle nebeneinander. Und Flo ist natürlich noch am Leben. Das ist echt geil. Jetzt suchen sie einen Flo, finden ihn aber nicht. Doch, jetzt haben sie ihn gefunden. Und bumm. Oh, leck mich doch am Arsch. Alter. Was für ein Schwierigkeitsgrad. Ganz schwer. Hey, Lito hier. Den Piraten gefällt nicht, wie ihr deren Dorf... Halt nicht ziemlich viel Weiß, die Leute. Es überrascht mich schön. Glaube ich einfach, dass es schwer ist. Also ich meine, muss man fragen, was Flo eingestellt hat. Aber ich glaube, der hat schon schwer eingestellt. ... Mach einfach vor. Boah, was war das? Hier sind wir gerade auch gespürt. Ja, das sind Granaten. Das ist die Kraft der Granaten. Ich muss landen! Die Granaten jetzt aber gar nichts sehen. Da steht hinten noch einer. Ja, da steht hinten noch einer. Boah, leck mich die Hommagen aber ganz ehrlich. Die kommt gerade so deftig angelaufen. Kann man eigentlich die Bombedinger ablegen? Ja, kann man. Habe ich ja gerade gemacht. Dann nehmen wir alle gleich eine. Geht ja nicht, weil du nämlich nur eine nehmen kannst pro Dings. Pro Runde. Ja, dann nehme ich mal wieder eine schöne Waffe. Jungs, ich bin wieder da. Was ist passiert? Ja, vergiss es aber. Ja, das klappt schon. Ja, die kommen wir auch in Mast an. Wir haben vorhin ja... Nur eine Bombe hat vorhin noch gefehlt. Ganz ehrlich, Jungs. Und dann ist der Mark im Wasser gelegen. Und der Floor war auch unten. Die kriegen wir jetzt schon hin. Ja, kommen auch Gegner für vier. Ja, eben. Und ich war rum und vorhin alleine. Dann haben sie ihn bekommen fast. Geht schon. Deine Traumwelten. Da hat sie mich erwischt schon. Scheiße. Seine Leute drinnen erhalten. Da kommt ihr ein Gegner angelaufen. Ich dachte, das ist ein Freund. Aller, hängt der da in der Luft oder was? In dem, in dem... In dem Haus. Okay, ich hole eine Bombe. Ja, mach das mal. Ich mach das. Gib mir Deckung. Ich hätte es zerlegt von... Oh, verdammt. Ich habe Scharfschützen im Nacken. Ich lieg vorne. Vor der Brücke im Haus. Vor der Brücke im Haus? Oh, jetzt klingelt sich das auch noch Dominik an. Oh, ne. Ja, vor der Brücke. Sind doch viel zu viele Leute. Ich habe mich jetzt aufgerwischt. Langsam läuft die Zeit ab bei mir. Flor, was machst du? Warum denn? Ich bin doch da. Ich gehe doch aus dem Haus raus. Okay, jetzt ist die Zeit bald abgelaufen. Helf mal den beiden bitte. Ja, ihr hattet ihn alle voller Stücken hier. Helf mal den beiden. Du warst gerade nicht anwesend. Du warst gerade abwesend. Nein, ich war nicht abwesend. Ach. Boah, verdammt. Lange nimmer, Roman. Lange nimmer. Ja, natürlich. Was kommt denn da drauf? Ich war gerade im Loadout. Hey, Vito hier. Ich habe nur die beiden schlechten. Ich weiß nicht. Ich brauche einen Aufsatz wieder. Sie suchen euch. Wer kümmert euch besser um dies. Ich trage der Sekt weg. Das ist durch. Ich brauche ganz vorne Schutz. Nicht hier hinten. Zeit hier Ich hole ne Bombe gerade Du deckst mir den Rücken während ich das trage, kapiert? Hier, Frennsätze Ich hab nen dummen Sniper im Rücken Wie im Rücken Hallo Dominik Da oben, ok Dumme, ich kann grad nicht, tut mir leid Was geht? Wir zocken, ich und ich mach ein Video, also Ach so Bis später Jo, ciao Ciao Alex ist auch online Ah, da könnt ihr uns jetzt sehen Jungs, was macht ihr denn? Flo, Alter, was sitzt du da in der Ecke? Hallo? Ich bin wieder da Oh shit, er hat mich verwischt auf der Brücke da in dem Häuschen drin Jaja, ich seh es, ich seh es Okay, achten, na gut, einer Boah Sniper, da! Er ist irgendwo ein Sniper, Bero? Ich hab ihn erledigt Legt der oben auf dem Hügel Ich hab ihn, ich hab ihn Ich hab ihn Zwei Minute Wo bist du denn mit der Bombe? Ich werf ihn, boah Kann einer T drücken vielleicht? Sniper, Baby Ich hab schon T gedrückt vorhin Okay Ja, wenn du da bleibst Flo, dann ist es perfekt Weil dann lege ich nämlich hinter dir genau die Bombe Das ist genau die Ne, nicht hinter dir, neben dir Lass mal hier vorne Ich muss kurz nachladen, warte kurz Passt schon Alles gut Alles gut Bombe gelegt? Ja, noch eine Immer noch eine Ja, das ist das Ich muss ein Ammo holen Arm-Hit-Man-Ahead Hab ich da grad eben richtig gehört Aber da hinten ist schon ein Riesenfisch Oh nein, oder? Fuck Boah, mich hat einer erledigt Der hat's plötzlich rausgesucht aus der Welt Wisch der Prüster Kann einer nach hinten laufen? Geh mal kurz aus dem Weg Du hast den Sniper auf Ich versuch mal den Sniper zu erledigen Ich hab den Sniper erwischt Wurscht denn der Arm-Hit-Man? Ich leg hinten Ja, das seh ich Wurscht der Arm-Hit-Man Wahrscheinlich auf der Brücke, oder? Auf der Brücke? Ja, auf der Brücke Ihr habt den einen Typ abgeschwischt Und den Sniper plötzlich hat's ihn weggesucht Dann waren wir schon da Okay, ich hol Flo Und ihr macht den Typ weg, okay? Oh Scheiße Ja, weg Oh, verdammt, Alter Was machst du denn da hin? Weg, Achtung Achtung Was war denn das jetzt? Was weg? Achtung Warum Achtung? Weil er über der Brücke raus ist Flo, hilf mir, ich bin im... Ah Oh nein Flo, wo bist du? Voll jetzt richtig madig Pflanze Du musst mir helfen Wow Nice Wow Oh, verdammt Ja, Junge, ganz schnell, hör dir direkt Lauf ganz nach rechts, Flo Ganz nach links Von dir aus gesehen Ganz nach links Weg dich, Achtung Da hast du viel Da geht zu viel Maul Sniper aber auch noch Oh, verdammt Wir hatten am wenigsten Zeit Ich Oh, zur Brücke Aber... Ja... Du musst es versuchen Hey Komm zu mir, komm zu mir ins Haus Haus Oh, scheiße Nein Es geht einfach alleine Was war das gerade? Das war ein... Das war ein... So... Sogenannte Arm & Man Das bedeutet Das ist ein ziemlich schwerer Typ Äh... Ich kenn's schon Aber was passiert ist meine ich Mit einem Schlag hat's alle weggeraten Naja... Wenn der Arm & Man kommt Dann ist das halt nicht mehr lustig Zu viel Leben hatte der Bauern immer Hey, Sito hier Der Arm & Man Der Arm & Man Ihr werdet berühmt Die Piraten folgen euch bald wie Fliegen der Scheiße Überlegt euch wie ihr sie loswerdet Von mir aus Oh, noch nur 4 Sprengladungen, oder? In Anführungszeichen Nur Hier, Sprengsatz 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 Geht mal bitte weiter vor Weiter vor Weil... Oh, was ist mit Komoda schon wieder? Oh nein Ich mach grad schon wieder los Oh nein Ich mach grad schon wieder los Oh Gott, ich bin ins Wasser gefallen Eißer sein Scheiße Warum fährst du mal ins Wasser? Wie kriegst du denn das hin? Wie kriegst du denn das hin? Achso, du bist tot schon wieder Wieso bist du tot, Alter? Jetzt bin ich wieder über im Wasser Ah, aber Schau, ich bin ins Wasser Sprengsatz Sprengsatz Du hast ja schon einen Totenschädel an der Seite Ne, Flo, guck mal nach rechts Da bin ich Ja, da ist schon einen Totenschädel bei dir offen Ja Wenn die Zeichen drauf Was hab ich? Marc hat einen Totenschädel als Zeichen Achso, Marc ist tot, ja Ne, kein Wasser Mich haben sie am Wasser Mich haben sie am Wasser Da mag ich un... Oh verdammt Also wenn die Totenschädel ist, dass man unwiderruflich tot ist, okay? Denkt rein Ich hab sie am Wasser abgeschossen und bin ich reingeflogen Ja, deswegen hab ich die Bollen wahrscheinlich auch nicht wiederbeleben Das war übel knapp, Schatz Ja, jetzt hat's mich auch erwischt Oh nein Aber ich bin ja nicht gut, da bin ich noch nicht zufrieden Liegen wir beide auf der Furke Danke Hat jemand gerade eine Bombe oder was? Willst Susi holen? Mir egal Willst Susi holen? Willst Susi holen? Willst Susi holen? Willst Susi holen? Oh nein So, deckst mir den Rücken während ich das trage, kapieren? Ich kann keinen Tee machen, das ist so bitter Boah, Sniper König Ich kann keinen Tee? Achso Dann kann ich mal einen Tee zum trinken Oh Ne Ich meint ein Battlecry Ich mach mal Aaaaaaaa Achtung, jetzt kommst du wieder reichlich Ich lieg auf der Brücke Ich muss doch nachladen, aber fuck it, ab, fuck it, fuck it Achtung hinter dir, oh weißt du, die Leute, ja Boah, hinten vor mir Was zum Teufel, Alter Achtung, du streichst, was geht Hat jemand eine Bombe vielleicht auch mal? Ja, ich, aber ich habe sie gerade fallen lassen, um euch zu helfen Ah, helfe uns nicht, wir nehmen die Bombe, das muss gemacht werden, sonst hört es hier nie auf Mach mal die Sniper hinten kaputt irgendwie Ja, ich bin schon dabei Fuck Fick dich, du Drecksniperpisser Ich muss nachladen, ich habe gerade gar nichts mehr Und Marc schaut zu, oder? Ja, ich schwebe halt um meine Leiche rum Marc, wir schaffen es jetzt für dich Wir widmen den Sieg einfach dir, oder? Oh, Sniper Da bin ich ja mal gespannt Ich hole jetzt mal eine Bombe, okay, Jungs? Nein, die Bombe ist bei mir flog Die könnt ihr jetzt nicht holen Aber ich kann sie nicht legen, weil Du hast schon nicht alle Bomben, oder? Nein, ich habe eine Aber ihr könnt auch keine andere mehr holen, oder? Nee, stimmt, das können wir nicht Wo ist denn die Bombe? Warum legt die? Mach doch mal die Bombe weiter Ich kann nicht, weil hier die ganzen Typen kommen Und ich kann die nicht legen Dann mache ich es, wenn du es nicht kannst Du hast keine Eier in der Hose, oder was? Ich lege jetzt die Bombe und fertig Ich meine, wo ist das Problem? Wo ist jetzt einer? Da waren die ganzen Ah, ja Einfach, einfach legen und fertig Ich kann dir nachher das Video zeigen Hast du ihn erwischt? Der oben ist er noch Ich muss den noch umbringen Den habe ich Okay, gut, ich hole mir kurz nochmal Nachschub Hol du mal die nächste Bombe Alles klar Und dann müssen wir uns auf den Typen gefasst haben Auf den Arm Bastard Ja, ja Den mache am besten ich weg Der kommt von der Brücke, oder? Ich habe nämlich einen Raketenwerfer Okay, und ich habe einen Granatwerfer Ich lade mal kurz nach Und dann hole ich mir nochmal Nachschub Und dann geht es nämlich ab Arm and Man kommt bei der vierten Bombe Also, gleich dann, gell Ich sag ja Achtung, Sniper wieder Ja, ich merke es Den Raketenwerfer auch Ich habe sie beide Ich habe sie beide Ich habe sie noch hinterher Wir kriegen das jetzt hin, Jungs Wir kriegen das jetzt einfach hin Hallo? Ich habe sie beide mit einem Schlag Hier, lebst du wieder Das tut ja richtig Es blockt mich den gerade hin So, aber ich fast weg Komm, wir gelegt, Roman Ja Ja Boah Ja, ist doch nicht gut, ich weiß Also, ich hole die letzte Und dann kommt der Arm and Man Macht euch drauf gefasst Komm mal her, wir müssen uns alle herkommen Wir müssen Arm and Man umbringen Granate, Achtung Wow Schon wieder weg Du siehst, wie die Granate kommt Dann rennt doch weg Ich sehe es doch auch Ich sehe gar nicht Jetzt musst du mich wieder beleben, Flo Schnell, schnell Oh nein Du meinst Roman, oder? Achtung, direkt vor dir Was, mein Roman Ich meine nicht Roman Hier, ich belebe dich wieder neu Granaten, schweiß Granaten einfach rüber Scheißegal Der Arm and Man kommt Jetzt, du schießt auf Flo, schießt du auf die anderen Typen Auf die normalen Ich nehme den Arm and Typen Fuck Zurück ein bisschen Wir rennen es hinterher Bring ihn um den Blaster Boah Noch ein bisschen Ich muss laden Ihr habt ihn Wir haben ihn Du hättest mich erwischt Nein, mich auch Mich auch Pflanze Pflanze Wo rennst du hin? Geh Flo Geh, nein AHHHHH AHHHHH Geh du Flo retten Geh Flo retten Was machst du? Nein Was habt ihr gemacht? Hockt sich vor mich hin Hiss mich an Hiss mich an Schnellt sich normal im Kreis Und rennt wieder weg Das ist nicht wahr Das ist nicht wahr Das ist nicht wahr Bei einem 4 zu 3 Screen Wo die Hälfte aus Ehm Ja das Green Von euch besteht Kann man nicht so viel ergehen Das Green ist schuld Scheiße, Alter Das hat mich jetzt richtig Das hätte ich gemacht Hey Rito hier Wir raten gar nicht Ich meine, ihr seht nicht anders aus Als die anderen Leichtlieder drum liegen Was? Bei uns ist doch Bei uns ist doch so ein Zeichen Da steht noch Revive dran Das sehe ich Das ist mir schon klar Einfach hinlaufen E drücken Das geht doch ganz einfach Ich bin doch Frankstein Hab eh gedrückt Du warst aber Du warst an einer anderen Leiche Du warst vor mir Du warst nicht an mir Du warst an einer anderen Leiche Von dem Bösen Erkennt man eben Erkennt man nicht Natürlich erkennt man das Natürlich erkennt man das Ich meine die Die Typen sind doch immer rot Oder sind die alle bei dir Oh, warum sind die Schnitt Ich hab auch schon grau Was? Oh je Schnitt, Alter Kannst du Könnt ihr weiter vorne Schießen? Ja, jetzt hol du mal die Bombe, komm Ich hab doch schon eine in der Hand Und bin neben dir Ja, der Bombe Ich hab mich aber erwischt Jungs Leg mal die Bombe ab Und ich hab's erwischt Ich muss doch noch nachladen Hallo, beweg dich doch Ich kann mich nicht bewegen Zuhause Tiwi Ich juven Gar speak Haha Keine Arbeit, geht weg Ich bin 59 I do my best Ah, jetzt haben wir ja eine Person mehr, bitte nicht ins Wasser fallen, danke Und zweimal passen, das darf ich nochmal passieren, also das war ich Sniper, warte, ich mach ihn weg Zweite Bombe Ich treff den scheiß Sniper nicht, meine scheiß Waffe ist scheiße Hab's Hab den, gut Nach der Mission muss ich wieder ein Zielfernrohr drauf schauen, das ist ja eine Frechheit, was gerade passiert Was hast du für eine Waffe? Die normale, die kaum was Waffe Aber ich hab das Zielfernrohr weggemacht Die kaum was Waffe, das ist echt gut Braucht keins Hä? Braucht keins Ja, das braucht man aber, ganz ehrlich im Fest hier Zweig ist ja das mit einem riesigen Punkt, weil das ist schlimmste Das verdeckt alles Ganz erfolgt Pflanze nicht auf dem Boden Bitte, bitte warten bevor ihr das nächste Mal eine Bombe holt, die vierte, die holt er noch nicht gleich Ich muss erstmal gucken Da kommt, dass die Grenze verwegt wieder Wo denn? Wo denn? Hä? Weg, du, du ihn mal wiederbeleben Merci Dann weg Achtung Sniper Lass schlafen, bitte Habt ihr den? Ja 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 Ja, der ist wohl zum Schlafschützen-Tipp Ja 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 Also macht euch bereit auf der Brücke, wenn jemand die letzte Bombe holt Roman, wer holt die? Lass den besten Flo holen Okay, warte, ich tu kurz nachladen erstmal alles hier Ja 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 Von hinten kommt auch ein Scharfschützen-Tipp Das war ein perfekter Treffer, noch einen, dann haben wir es Hinten ist auch ein Scharfschützen, ich leg das Ding mal ab Hammer ihn Hammer ihn, Hammer ihn, Hammer ihn, Alter Hammer ihn, Hammer ihn, Hammer ihn, Hammer Ich hab den Scharfschützen hinten Okay, dann geh weiter mit der Bombe Ey, ich stehe wieder weg, oder wie? Ne, die liegt immer noch da, wo du sie hingeworfen hast Ne, irgendwie ist sie plötzlich weg gewesen gerade Ja, dann hol ich halt nochmal, ist egal Ja Wir haben ja alles im Griff, du kannst ganz easy kommen Hoffe ich Ich muss nachladen Ich muss nachladen Ja genau, komm her dann Warte ich Hinter dir hab ich nicht umgefacht, da kommt keiner mehr Wir sind fertig, an den Zündern Was ist hin da? Was ist jetzt zurück? Ja geh zünden, komm Irgendeiner muss jetzt zünden gehen Okay Ist egal wer Ich bin jetzt eh Ich bin, ich bin, ich lieg auf dem Boden Aber ich weiß nicht, ob mir was passiert, wenn ihr jetzt zündet Eigentlich nicht, oder? Ich wohne zünde Weiß schon Hast du wirklich auf dem Boden, was ist denn? Ich hab ihn in der Hand Ja, zurück einfach drauf War schön euch, war schön euch kennengelernt zu haben Ciao Roman Wohlbekommst Wohlbekommst Schon geil gemacht, also die Grafik und alles, ey, Hammer Ich lebe wieder Ich lebe wieder Deine Teile hat es gesprengt und haben sich bei uns wieder zusammengesetzt Also, nett war Am besten nochmal kurz nachladen alles, ich hab nämlich nichts mehr Gute Idee Endlose Bestand Das war schon gut, wenn's anders wäre, wäre es scheiße, ganz ehrlich Dann komm schon wieder zu den nächsten, ey Bis bald, wie auch die Wirklichkeit sein mag Hallo Endlich Ich glaub, wir haben die erste Mission jetzt fast zu Ende Das Auto vom Käpt'n Zählt, hier lang Ich glaub, das war's jetzt langsam Ah, da unten ist noch mal was, glaub Ah ja, oh ja Oh Ich hab's erwischt Ich hab's gesehen Steh auf hier Ja, danke Ja, 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 ja Ja, 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 ja Hörst mich auch Danke Danke Oh 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 Achtung Granat! Wo bist du? Da hinten! Ah ja, das ist gut, danke, das power ich jetzt! Oh nein! Danke dir! Er hat mich selber geopfert dafür, jetzt bin ich versteuert! Ich hab den Battlecryer! Alter, ich steu ne Party am Laufen oder was? Nee, die Playstation ist rausgekommen, die Film war in Media Markt! Nein! Wir sind Leute von X-Docs! Scheiße, ey! Ich könnte kurz mich healen! Heal the world! Make it a better place! Ah, was ist denn da passiert? Das war ein Tausch, weißt du! Ich hab kurz den Switch des Lebens, ne? Ich hab's Regeneration, ich hab's sehr entspannt! Was ist? Ich hab's Regeneration, ich hab's sehr entspannt! Du meinst entspannt? Ich hab echt langsam! Ja, was erwarte ich denn? Oh oh! Ich hab's erwischt! Fuck it! Woah! Hier Roman, der Bindung! Nein! Oh, ich hab die noch erwischt! Versteck dich hinter dem Ding! Ich muss aber nachladen! Hinter dir! Hinter dir ein Loch! Das war knappe! Das Loch da! Das hast du nicht gesehen! In der Wand, da ist ein Loch! Da! Nee, das ist kein Loch! Verdammt! Das war aus dem Loch! Nee, das ist du mit Loch! Fuck, ich hab keine Ahnung! Boah, jetzt hat's mich genutzt! Genutzt hat's dich! Nein, mich auch! Was ist los mit dir? Wie ist was? Hab ich keins! Ich brauch Munition, und zwar ganz dringend! Geht mir irgendwo rum, oder? Das sieht gut aus! Schießt ihn da schon! Und? Und? Munition? Was ist denn da noch Munition? Hat jemand Munition gesehen? Nur da hinten nochmal fahren! Ja, Spritzen! Wo ist denn Spritzen? Hier, im mittleren Haus! Wahrscheinlich auch schon recht gut! Nicht im Haus! Nein, da hinten drin! Der, wo du kaputt bist! Auf dem Boden! Auf dem Boden! Ah! Warte mal Flo! Stopp! 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 Guck mal was wir was machen können! Geht schon die Party! Achtung! Ich hab Munition gefunden! Guck mal Roman! Achtung! Die kommen schon! Die wollen die Party machen! Flo jetzt, jetzt wähl dich! Wähl was aus! Was? Kön ich das akzeptieren? Ich sag schnell immer Flo! Was war das?! Der Marc! Ich hab was gemacht! Ich hab was gemacht! Hast du gedacht, halt nicht? Na ja, schlapp! Jungs, warte mal kurz! Ich will dem Flo kurz, äh, mal kurz sagen, wie das geht! Du kurz ist die Fünfertafte! Komm her zu mir und wähl was aus! Wie soll ich das denn auswählen? Okay! Ich hab jetzt 5 gedrückt, jetzt hab ich ne Spritze in der Hand! Ja, dann mach ich kurz von dir zuerst! Du musst einfach eh drücken! Jetzt musst du was! Jetzt musst du wenig was aus! Ja, genau! Als kann ich auch was auswählen! Jetzt machen wir das gleiche nochmal gegenseitig! Warte, warte, ich hab das gleiche noch! Komm mal her zu mir! Komm mal her! Oh, jetzt musst du einfach nur Ding drücken, Marc! Jetzt kann ich die Generation auswählen! Jetzt willst du was auswählen, oder? Jetzt willst du was auswählen, eh! Egal, was du auswählst! Man spricht sich dich und mich selber! Und wie geht es? Das geht es immer, wenn man sobald man was hat! Sobald wir so'n Koffe gefunden haben, jetzt mit zu spritzen drin geht es! Ja, verstanden! Ja! Okay! Wisst ihr, was macht's? Ja, mit der 5er-Tage stehen dann einer einhaut! Weil ich spritze ihn einhaut! Ja! 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 Ich hab' noch mal Munition! Ich glaub' die war lustig! Ich glaub' das war lustig, oder war's nicht lustig? Ich weiß es nicht mehr! Ja! Alter, wie lang geht denn die Mission auf die Stift? Geht ja noch ewig! Wir sind aber kurz vorm Ende! Wir mussten hier irgendwas bewachen, das weiß ich noch! Ja, das weiß ich noch oben im Haus, gell! Und dann kam der Fettsack und das ist bei ihr! Ja, das war übel! Da kam der Hund anglauern! Ja Jetzt schon? Wenn ihr die Piraten in dem Benzin-Deport austeiltet, ich kann euch euch problemlos aufsammeln. Aber zerstört das Depot nicht. Mein Baby braucht dringend Sprit. Ja wir müssen irgendwas mit Sprit beachten. Da muss ich jetzt nichts zerstören. Wir müssen uns beschützen, nur dass er so ne Scheiße war. PIGMAN! Ja, 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 ich hab zwei Bigmans oder was, oder mehr Bigmans. Nochmal einer! Das sind zwei jetzt! Big Mac! Ich bin tot. Aber der eine Bigman ist tot. Big Mac! Big Mac! Wie ist denn das, wenn man da hinten auf die Ladung schießt? Weiß ich nicht. Oh ja, komm! Shit! Der fiese Fettzer, komm! Ich seh den. Lenk ihn ab, Lenk ihn ab! Ich nehm ihn von hinten! Fuck! Das war das Scheiße! Ich hab noch einherzigen Schuss, dann muss ich es aber sitzen. Ich glaub ich muss mir meine Munition wieder aufladen, irgendwo da hinten. Ich hol' mir jetzt nen Pissler, pass auf! Den hol' ich mir jetzt nen Drecksack. Ah, Volltreffer! Einer noch, komm! Got it! Super! Wenn der Generator keine Energie mehr hat, dann muss ich... Dann kommst du ja irgendwie durch die Leinen da angefahren. Ich wär ekelhaft. Welche Leinen? Was? Kommt der übers... Irgendwie über die komischen Dinge da eingefahren... Boah, der plötzlich steht hier in der Hütten drinne! In den Hütten. In der Hütten, ne? In der Hütten! In der Hütten! Heft! Auf dem Wasser! Was? Auf dem Wasser? F***! Heft nach kurz! Die Spohle! Flo, komm her, heft mir! Der wird mich umbringen! Oh f***it! Scheiße! Ich brauch Hilfe! Oh, jetzt sind wir alle inneren, alle Rests. Was? Oh Mann, helf mal! Helf uns mit deinen Teleskop-Armen! Achtung, vor der Brücke schießt einer! Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir! Ach, ich bin vor dir! Hund kommt auch noch, oh Gott! Ah, Hund hat mich scheiße! Fett, man kommt auch, pass auf! Oh nein! Das war gerade ein trauriges Szenario! Schlagartig waren sie auf der Insel drauf! Ja, die sind plötzlich in den Häusern gespawnt! стрagartig! Reade? Komm, Hoれる! We're ready! Steady, Gedi! Wer kommt mit mir mit nach oben, weil oben habe ich einen besseren Überblick. Wer hat ne Sniper? Keine Irgendeine, die Dinger hier kaputt machen Wie war's Okay, ich hab das Boot erledigt Wo hat's denn hier die Explosives? Wer schießt denn da? Wo hat's denn die Explosives in dem scheiß Track hier? Hier Flo, beim Boot vorne, bei der Full Station Oh, ein Monster hat gespawnt bei mir Fuck, der Fixer Wir liegen jetzt gerade alle wieder da Nicht alle Beide Ich wollte auf den Pisser schießen und dann kam ein anderer Pisser und hat mich umgebracht Da ist so ein Heavy Duty Feuer, oder? Was? Wo? Ja, ich seh's Wir liegen hier auf der anderen Seite jetzt Wir haben noch die Hälfte der Zeit übrigens, gell? Und das ist nochmal ein Heavy Duty Jeep, oder was? Heavy Duty Egal noch hier vorne Die Pflänze Wir müssen da schnell nach vorne gehen jetzt, Jungs Schnell Ne Nehmt euch schon mal die vier Zu spät Alter, die haben das genossen, die beiden Scheiße, die haben das genossen Das war ne Unglaublichkeit Das war ne Unglaublichkeit Wo hat's jetzt drum an dieses Heavy? Hier Wo hier? Ja hier ist Dings Du wolltest doch Explosives haben Ah, ja guck mal an, da ist der Wo kommt eigentlich der erste Fettsack her und wo kommt der zweite Fettsack her? Pfff Sie kommen von da hinten Ist da ein Boot, oder was ist da? Ja Warte, ich mach's hier, warte, ich mach's hier, warte, warte, warte Perfekt, alle So bin ich halt Naja Edgewatch nen Fettsack Lade nach! Lasse nicht schliff an Jum, ich hab'n gutes Gefühl gerade Ich lieg schon wieder am Sterben Das sag sowas nicht Aber das ist wieder Passt dir ziemlich selten eigentlich Ah, da kommt hier so ein Hund eingeeiert Wo? Boah, da hinten ist er. Da hinten kommt er ja noch 40. Fuck, scheiße, Mann, ich hasse es! Wenn ich eine Rakete auf der Hand habe, dann kommt der andere Typ an. Ich brauche kurz Hilfe, schnell, jetzt. Jungs, wir schießen auf unser Depot wieder. Danke. Wer schießt aufs Depot? Ja, alle. Ich hekel es aber. Da hinten kommt auch ein Fenster, gell? Und der ist das Schreck? Ja, der kommt um. Ne, hier, hinter der Hütte. Oh, er hat mich halt zerschmatzt. Zerschmatzt? Da hinten kommt auch wieder einer. Das sieht gut aus. Ich lieg hier vorne. Ja, ich seh dich. Oh, Mann. Ich seh dich. Da hinten kommen auch wieder welche, ach, von rechts. Ich verbrauche deine Hilfe alle, es ist mir scheißegal gerade. Muttef. Leben wieder alle. Hä? Schlag den Dicken die Zähne ein. Wo ist der Fettsack? Leben wieder alle. Sieht so aus, ja. Ich hab hier kurz das Ding, ok? Wo ist der Fettsack? Da kommt er. Da hab ich mit dem Treppenaufgang. Holschau. Aber das steht ja weg. Noch nicht, da kommt er. Noch nicht, da kommt er. Holschau, Pisser. Du musst jetzt weg sein, ne? Oh nein. Ich bin fast da. Hallo? Ja? War's jetzt. Mission ist over. Halleluja, Alter. Also, das ist schon lang, gell? Muss du denn jetzt so ein Kapitel, oder? Was meint ihr? Ja. Es ist fein, wenn man es zehnmal wiederholt. Aber wir haben es jetzt geschafft. Searching for data. Encrypted data found. Sehr schön. Boah, Level 42 direkt geworden. 68 bei mir. Ja. Sieht gar nicht mal schlecht für mich aus. Most Kills flow and back. Most Special Kills flow and back. Competition winner flow and back. Most Revives flow and back. Most Battlecries flow and back. Okay. Tja. Er muss wie in meinem Fall mehr oder weniger zum ersten Mal spielen. Ja. Komm hoch hat er mal schon Headshots, das ist auch gut. Ja. Und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von Farquay 3. Ciao.